Musik When we sit down to develop a new BMW, we think about it for a long time for us. A very long time. A lot of things. Okay, it's a little too simple. Mind design, elegance, status, something like that. For someone who likes to play, you know, make a sound. Chris, Sie haben heute den 5er GT vorgestellt, Gran Turismo. Gran Turismo. Gran Turismo. Ein Auto mit vier Türen und großer Heckklappe. So was gibt es schon, selbst die geteilte Heckklappe gibt es schon. Was ist das Besondere am 5er Gran Turismo? Ich denke, wir fangen von inside out auf diesem Fahrzeug. Das Fahrer-Erlebnis und Beifahrer und auf der Rücksitzbank dieses Erlebnis ist wirklich Einzelartig. Ein riesig langer Reitstand, das erlaubt die Sitzposition extrem luxurios auszustatten. Man hat mehr Kniefreiheit, als man würde zum Beispiel eine 7er haben. Und das ist etwas, das macht das Auto von Anfang an special. Und dann haben wir dieses Heckklappe-Konzept. Wir nutzen den Weg. Die Schickklappe ist auch Einzelartig, weil wir nennen eine Trennwand in dem Interieur. Das erlaubt man dem Interieur auch mit geklappten Sitz sehr funktionell zu nutzen. Aber dann hat man immer eine Barrier zwischen das und dem Kofferraum. Man muss nicht sofort, wie in einem Touring- oder in einem X-Fahrzeug, sofort in den Kofferraum sitzen, sobald man hat einen Sitz geklappt. Aber wenn man das alles klappen will, dann hat man eine riesige Ein- und Auslage-Möglichkeit. Das ist vielleicht, das gesamte Holistik-Build macht das Auto special. Ich verstehe. Und besonders schwierig oder, sag ich mal, der zentrale Punkt bei Autos mit Schrägheck ist ja oft die Gestaltung des Hecks. Nach unserem Eindruck ist das Heck des GT Gran Turismo sehr wuchtig. Es gibt auch ein paar andere Beispiele für Schrägheckse bei BMW. Wie würden Sie das Fahrzeug abgrenzen gegen diese anderen Entwürfe? Die Wuchtige von den Hecks ist ein Teil von unserem allgemeinen Erlebnis heute, wenn Aerodynamics und Kofferraumvolumen spielen eine gemeinsame Rolle. Wir glauben, dass das Heck sportiv ist, sieht dynamisch aus, schämt sich überhaupt nicht, den Auspuff zu zeigen. Das ist ein sauberes Auto. Und nichtsdestotrotz ist es etwas BMW-like. Super unique. Wenn ich jetzt mal kurz vergleiche, dieses Fahrzeugheck, ein gewisserweise Schrägheck, ist das Z4 Coupé, der sehr, sehr viel knackiger aussieht, sage ich mal, weniger vertikale Blechflächen bietet. Würden Sie sagen, das ist ein Teil des Designs, dass der GT so aussieht, wie er aussieht? Oder ist es auch dadurch bedingt, dass Sie einfach sehr viel größeren Kofferraum hier unterbringen müssen? Wir oftmals denken, ein Heck ist nur Kofferraumvolumen. Aber der Heck hat viele von Crash-Struktur hin. Es muss die Tankstruktur schützen, es muss die Insasse schützen. Und das sind Themen, das man kann nicht so weit reduzieren. Man muss es wirklich vernünftig halten. Und hier, die Designs, ein großer Lob an Adrian und sein Design-Team, haben die Engineers wirklich einen neuen Weg gefunden, dass die Linie fließt, trotzdem das Volumen ist da und das Seidengrafik spielt mit, ohne zu weit zu beschränken in ihrer Außensicht. Sie kennen den Skoda Superb, der auch so eine geteilte Heckklappe hat, ein sehr gutes Raumangebot. Was würden Sie sagen, ist der große Unterschied? Warum sollte man ein 5er GT vorziehen? Ich glaube, dass insgesamt hier, sprechen wir nicht nur von Function, wir sprechen von First Class Seating. Das ist einfach echt First Class. Wir sind im Flugzeugbereich, wir sind längst bekannt zu kennen, aber in der Automobilbranche, man spricht das, aber bietet das nicht immer an. Und jetzt haben wir eine Chance, das vorne und hinten wirklich zu zeigen. Ich glaube, das macht das Auto deutlich anders. Vielen, vielen Dank. Dankeschön.